Hi Friends und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Misha, ich freue mich, dass ihr heute mit am Start seid. Heute gibt es wieder nagelneue LEs von Essence und Catrice. Wir haben, also ich habe monatelang drauf gewartet, weil die letzten Monate haben mich die LEs wirklich so gut wie gar nicht angesprochen. Also gab es irgendwie Desinfektionsmittel wegen, ihr wisst schon, der aktuellen Lage so ein bisschen. Dann gab es irgendwie Skincare, hat mich jetzt auch nicht großartig von den Socken gehauen, muss ich ehrlich sagen. Aber was mich so ein bisschen interessiert hat, waren tatsächlich die Lipglasse von Essence. Die haben wirklich neue Lipglasse rausgebracht, das fand ich ganz cool, aber da hat sich auch ein ganzes Video nicht gelohnt. Deswegen habe ich dazu auch kein Video gedreht gehabt. Aber jetzt haben wir zwei richtig nice LEs, die so ein bisschen so Sommer, Glow, Bronzy sind. Und ich bin echt gespannt, was die LEs können. Da ich ein bisschen zu spät wieder auf dieser LE-Party tanze auf YouTube, habe ich gedacht, dass ich beide LEs in einem Video benutze und ein bisschen miteinander vergleiche. Ich habe so gut wie alles gekauft. Ich wüsste jetzt nicht, was ich nicht gekauft hätte. Keine Ahnung, ich denke, ich habe alles. Und bevor wir anfangen, wollte ich sagen, falls du noch mal Kanal sein solltest, würde ich mich freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Ich lade in der Regel zwei Videos die Woche hoch. Und falls du noch nicht auf Instagram vorbeigeschaltet hast, würde ich mich freuen, wenn du das auch einmal machen würdest. Ich blende hier aber meinen Instagram-Namen ein und ihr findet einmal unten in der Infobox noch einen Link. Ich würde mich sehr, sehr, sehr über deinen Support freuen. Und ich wollte sagen, wir starten mit dem ersten Produkt und zwar einmal von Essence, das Vintage Beach Multiproposed Oil. Also ihr könnt diesen Primer im Gesicht auftragen, aber es steht nicht drauf, dass ihr den als Primer benutzen könnt. Deswegen habe ich den schon mal aufgetragen, um zu gucken, ob er als Primer irgendwie funktioniert. Und ich habe ihn als Primer benutzt und ich finde, dieser Glow sieht echt mega heftig aus. Ich habe sehr, 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 sehr wenig benutzt. Also Tipp hier, weniger ist mehr. Ich habe einen Pumpspender auf meinem Handstrücken aufgetragen und wirklich mit dem Finger zwei, dreimal bin ich reingegangen. Und das hat wirklich komplett für mein Gesicht ausgereicht. Ihr seht diesen wunderschönen Healthy Glow. Oh, mir gefällt das richtig gut. Und Tipp Nummer zwei, falls ihr das als Primer benutzen möchtet und nicht unbedingt als Pflege, müsst ihr aufpassen, was für eine Foundation ihr benutzt. Denn wenn ihr eine Foundation benutzt, die auf Wasserbasis ist, dann funktioniert das meistens nicht so gut, weil die Kombination Wasser und Öl ist nicht immer so bombastisch. Deswegen gucken, dass es relativ gut miteinander funktioniert. Ich persönlich habe die nagelneuen Produkte von Red Beauty benutzt. Einmal die Foundation und den Concealer. Ja, dazu habe ich auch eine First Impression gedreht. Falls euch das interessieren sollte, verlinke ich die gerne hier oben einmal für euch. Und die restlichen Produkte tragen wir jetzt einmal zusammen auf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Lidschatten. Und zwar gibt es in beiden L.A.s eine Lidschattenpalette. Bei Catrice ist es die Bronze Away to Costa Rica Baked Bronzing. Ach so, falsch, stopp. Einen Moment. Das ist die Lidschattenpalette. Das ist einmal die Bronze Away to Panama Eyeshadow Palette. In so einem Papp-Packaging finde ich sehr, sehr hübsch. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Ich liebe auch diese goldenen, bronzy Details. Also richtig nice. Und wenn ihr die Palette einmal öffnet, ist der Spiegel hier mit dabei. Und neun Lidschatten. Vier davon sind Schimmerlidschatten und fünf matte Töne. Also ihr könnt sehen, das sind hauptsächlich braune Lidschatten. Ein paar sind ein bisschen kühler und ein paar einfach ein bisschen wärmer. Und dann gibt es noch ein Papp auf Color in Blau. Was mich ein bisschen wundert, um ehrlich zu sein, weil ich hätte gedacht, wegen dem Packaging, dass man eher ein Grün mit einbaut als ein Blau. Aber sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, sehr hochwertig. Und man sieht, dass man sich hier ein paar Gedanken gemacht hat. Finde ich sehr, sehr, sehr nice. Und von Essence gibt es von der Vintage Beach Limited Edition die Eyeshadow Palette. Und was ich auch hier mega cool finde, ist das Packaging. Und zwar hat es nicht nur so eine Beach-Strandstuhl-Optik, sondern auch dieses Material ist wirklich wie von einem Strandstuhl, was ich richtig cool finde. Das fühlt sich auch mega nice an, so zum Anfassen. Und auch diese kleinen Details hier, so dieses goldene, reflektierende, finde ich auch ganz cool. Und beim Öffnen bei der Palette haben wir auch neun Lidschatten mit dabei. Hier wieder vier Schimmertöne und fünf matte Töne. Hier ist kein Spiegel mit dabei. Ist in Ordnung. Ist auch, glaube ich, hat die Palette drei oder vier Euro gekostet. Und ja, finde ich ganz cool. Man hat hier eher auch ein paar wärmere Töne mit dabei, aber eher so Rosé-Peach-Töne. Und hier auch als Pop-of-Color ein Blau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja, das sind einmal die zwei Paletten. Und ich finde, die ergänzen sich ziemlich gut. Also oben haben wir bei der Catrice-Palette hauptsächlich Brauntöne und unten hauptsächlich eher so, ich würde mal sagen, so farbige Töne. Entweder Rosa-Peach oder halt diese Pop-of-Color wie Blau. Und ja, in beiden Paletten ist ein unterschiedliches Schimmerblau mit dabei, was ich auch ganz cool finde. Und ich persönlich würde heute beide Paletten benutzen, aber nur ein Look schminken. Das heißt nicht, dass ich auf der einen Seite Catrice und Essence mache, sondern beide Paletten miteinander kombinieren werde. So, ich habe euch ein bisschen näher rangeholt. Und ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich nackt bin. Ich trage nur ein schulterfreies Top. Ich liebe schulterfreie Tops. Apropos liebe, ich liebe diese Ohrringe. Ich finde die richtig cool. Ich habe die bei Asos bestellt. Ich glaube, für 7 oder 8 Euro. Und ich finde die irgendwie richtig nice. Ich liebe aktuell so Schmetterlinge. Aber kommen wir zurück zur Palette. Ich benutze einmal einen Blendepinsel und gehe einmal in diesen Baseton hier rein. So, und das trage ich einmal auf meinen kompletten Lid einmal auf. So, mit dem selben Pinsel gehe ich dann in diesen sehr, sehr hellen Nude-Ton. Und den trage ich aber hier zu Beginn meiner Lidfalte auf. Das super hellen Nude habe ich jetzt einmal hier aufgetragen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr in den Kameraden Unterschied erkennen könnt. Ich finde, man sieht ihn ganz, ganz soft. Diese Farbe ist hauptsächlich, denke ich, gedacht, um Brauntöne besser auszublenden. Was ich sehr cool finde. Also, ich sehe eine ganz, ganz, ganz leichte Farbabstufung. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ihr die im Video vielleicht so gut wie gar nicht erkennen könnt. Aber ich finde es wirklich nice, dass so ein Ton mit dabei ist. Obwohl hier jetzt nicht so viele dunkle Töne mit dabei sind, macht dieser Ton mehr Sinn, die Brauntöne in dieser Palette hier zu benutzen. So, mit dem selben Pinsel gehe ich einmal in dieses Peach hier rein. Und das trage ich hier auch zu Beginn meiner Lidfalte auf. Und dieses Peach geht so ein bisschen mehr in dieses Gelbliche rein, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. So, als nächstes würde ich ein paar Schimmertöne auftragen. Ich weiß aber noch nicht, welchen genau. Deswegen habe ich alle Schimmertöne einmal geswatcht. Und die ersten vier hier sind von Essence. Und dieses Blau hier und diese drei hier unten sind von Catrice. Und ich finde, die sehen echt mega cool aus. Also, man hat echt eine mega krasse Auswahl in dem Palett. Ich denke, ich werde diesen Ton hier von Essence benutzen und diesen dunklen hier von Catrice. So, ich nehme einmal von Morphe den M508. Das ist so ein ganz kleiner, abgeschnittener, abgeflachter Lidschattenpinsel. Und wir gehen in diesen Ton hier rein. So, und den trage ich hier einmal zu Beginn von meinem Lid auf. Oh, der sieht schon voll hübsch aus. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Dann gehe ich mit dem Selbpinsel in das dunkle Schimmerbraune rein. Und das trage ich einmal hier am Ende auf. Und man hat hier ein bisschen Vorlaut. Das mache ich gleich einmal weg. So, und das verblende ich so ein bisschen nach außen. Das verblende ich hier so ein bisschen mit meinem Finger nach außen. Also, ich finde, man kann die Schimmerlidschatten auch sehr gut aufbauen. Ich nehme nochmal den Blendepinsel und gehe in dieses braun ein bisschen rein. Und das verblende ich auch nochmal hier nach hinten aus mit dem Schimmerton. Okay, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser dunkle Schimmerton, der hier einmal jetzt auch drauf ist, einen Schatten wirft. Und man denkt jetzt, dass das hier fleckig ist. Aber es ist nicht fleckig. Das ist wie mit einem Highlighter. Deswegen muss man Highlighter in der richtigen Farbe kaufen. Bei der Lichtreflexion sieht man nicht, dass die Farbe zu dunkel bei einem ist. Wenn man den als Highlighter zum Beispiel aufträgt, wenn aber das Licht nicht direkt auf euch draufstrahlt, sondern so von der Seite sieht man dann meistens so einen dunklen Schatten. Und dasselbe habe ich jetzt hier am Auge. Es ist nicht fleckig, sondern, ja, da kommt eben kein Licht hin. Und da, wo kein Licht ist, sieht es fleckig aus, was sehr, sehr schade ist. So, das Ganze habe ich noch schon auf der anderen Seite nochmal so aufgetragen. Und ja, es sieht von der einen Seite sehr, sehr schön aus. Sehr gut verblendet aufgebaut. Aber wie gesagt, je nach Lichteinfall sieht man hier einfach zwei so Punkte, die sehr fleckig aussehen. Das stelle ich wirklich sehr krasse vor. Was ich noch zu diesem Braunton hier sagen kann, ist, dass der eher peachy ist, was ich sehr schön finde. Also es hat sich wirklich sehr schön diese Peachy-Töne ineinander einblenden lassen. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so peachy ist, aber sieht schon geil aus. Und jetzt benutze ich einmal so einen Eyeliner-Pensel. Also zuerst gehe ich in dieses Braun hier rein. Das ist ein Ticken heller als das Braun hier. Und danach gehe ich nochmal in dieses Braun hier rein. Und damit ziehe ich hier mir einmal ein Wing. Und das Ganze trage ich ein bisschen gröber auf als Eyeliner. So, der Braun-Eyeliner ist einmal drauf. Und ich hatte extrem viel Fallout. Also ich habe es auch nicht so gut wegbekommen. Also hier Tipp, erst Lidschatten machen, Augenmake-up machen und dann die Base. Ich sage euch das jedes Mal. Und ich mache es jedes Mal nicht so, wie ich es euch sage. Ich liebe es immer so. Man gibt die besten Ratschläge, aber selber befolgt man sie in der Regel nicht. Auf jeden Fall nehme ich einen Blendepinsel und verblende einmal den Liner. So, und dann gehe ich noch in dieses dunkle Braun rein und trage es ein bisschen noch präziser am Wimpernkranz auf. So, der dunkle Liner ist einmal drauf und ich habe ihn auch schon ein bisschen ausgeblendet. Und ich würde mit einem ganz, ganz kleinen, präzisen, fluffy Lidschattenpinsel noch in dieses Orange gehen. Und das trage ich einmal noch hier unter meinem unteren Wimpernkranz auf. So, was ich sehr angenehm finde, ist, dass man die Lidschatten auch sehr gut aufbauen kann. Und zum Schluss nehme ich einen ganz kleinen Lidschattenpinsel und ich gehe einmal in diesen Ton hier rein und benutze ihn als Highlighter in meinem Innenwinkel. Und der sieht sehr, sehr hübsch aus. Ist sehr, sehr, sehr hell golden. Passt auch perfekt zum Augenmake-up. So, mit den Paletten werden wir jetzt einmal durch. Ich würde einmal meine Lashes noch tuschen und Fake Lashes draufkleben und dann machen wir weiter mit dem Gesichtsprodukt. Okay, gerade ist meine Kamera ausgegangen. Ich habe einmal meine Lashes dran geklebt und ich habe angefangen, diesen Bronzer hier einmal aufzutragen. Das ist einmal von Catrice, der Bronze Away 2 Maui, der Matte Face and Body Bronzer. Und ich habe hier schon angefangen aufzutragen. Ich fand, er sieht einen Ticken kühler im Pfändchen aus, als jetzt hier auf meinem Gesicht. Also sieht halt aus wie ein ganz normaler Bronzer. Der passt auch zu L.E. und zum Look und zum Sommer. Aber ich persönlich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht, dass er so kühl ist wie im Pfändchen. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag so etwas so kühlere Bronzer oder nicht allzu warme Bronzer. So, dann habe ich von Essence den Vintage Baked Highlighter. Und ich liebe auch das Packaging. Das ist auch richtig cute gemacht, so aus Pappe. Und der Highlighter ist ziemlich dunkel, deswegen trage ich den zuerst auf so als Base. So, und dazu nehme ich einmal diesen Fächerpinsel. Und den trage ich hier einmal auf. Okay, wie schon geahnt, ist dieser Highlighter ein Ticken zu dunkel für mich. Also, er sieht sehr schön aus auf der Haut. Er ist ein bisschen krasser pigmentierter. Aber ich finde, der macht einen wunderschönen Glow. Also, passt allgemein zu diesem oily skin healthy glow mäßigen. Aber wenn das Licht, sage ich mal, nicht direkt drauf scheint, sieht es aus, als hätte ich bis hier oben hin Bronzer aufgetragen. Also, sieht aus, als wäre wirklich diese Farbe hier, finde ich. Also, die Produkte sind so farblich sehr gut aufeinander abgestimmt, muss ich sagen. Obwohl es nicht von derselben Marke ist, in diesem Fall. So, machen wir weiter mit der Bronze Away to Costa Rica Highlighter and Bronzer Palette. Und auch vom Packaging hat sie dasselbe wie die Lidschatten Palette, was ich richtig cool finde. Aber bei der Face Palette ist es ein bisschen mehr so eine Bronzy Kupferreflexion mehr. Und hier eher so eine goldene. Die Palette hat auch einen Spiegel mit dabei und vier eben Face Produkte. Ich würde behaupten, für mich persönlich sind das jetzt zwei Highlighter und das zwei Bronzer. Aber ich habe die Farben einmal geswatcht und die schauen einmal so aus. Also, der Highlighter ist definitiv was für mich. Also, er ist sehr schön hell. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, als Topper bombastisch gut. Hier, ich würde mal hoffen, dass er gerade so noch für mich passen würde. Also, das ist eher so Light to Medium Highlighter. Und dann haben wir hier diese zwei Bronzer Töne. Der Bronzer hier hat einen sehr, sehr soften Glow. Und der dunklere Bronzer ist wirklich eher ein Highlighter fast schon. Also, ich könnte mir vorstellen, für die, die ein bisschen mehr so tan oder deep sind, dass sie den als Highlighter auch benutzen könnten. Ich trage zuerst diesen Bronzerton hier auf. So, der Bronzer ist einmal drauf und er gibt euch nochmal ein Glow on Top. Sieht sehr schön aus. Also, jetzt hier im Vergleich jetzt zu dem matten Bronzer. Aber der Ton ist auch ziemlich dunkel. Ich würde schon behaupten, zu dunkel für meine Hautfarbe. Also, wenn ihr fair seid, sind diese Bronzer ein bisschen schwierig in dieser Palette für euch. Ich trage das Ganze noch auf der anderen Seite noch mit euch auf. Und wir tragen noch zusammen diesen Highlighter hier auf. Okay. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der so krass ist. Ähm, ja, okay. Also, ich finde den Highlighter wirklich richtig toll. Der ist irgendwie eine Mischung aus Wet und Glaskin. Aber halt nur auf die Kacke gehauen, so ein bisschen. Also, der ist schon echt heftig. Ich habe alle Produkte in diesem Video trocken aufgetragen. Ja, und für die, die so hell sind wie ich, ähm, ich finde diese Palette schon ziemlich, ähm, dunkel. Also, ich werde so gut wie gar nicht auf sie zurückgreifen. Es macht mehr Sinn, sie jetzt zu haben, wenn Freunde zu Besuch sind und ich die mal schminken soll oder so. Dann ist es ganz cool. Oder jetzt hier für die Review. Dann gibt es noch ein Fixing Spray. Und zwar das Bronze Away 2 für Gehydrating Fixing Spray. Also, soll eher feuchtigkeitsspendend sein und nicht unbedingt Glow verleihen, was ich, äh, schon ein bisschen, keine Ahnung, komisch finde. Weil das ist so eine Glowy Sommer-E und da ist kein Glow mit dabei. Also, ich finde es cool persönlich, aber das tanzt ein bisschen aus der Reihe, so bei der LE. Aber ich könnte es auch verstehen. Ich meine, ähm, ich sehe schon super Glowy aus. Wenn ich jetzt noch so ein Spray drauf packe, ähm, was mir noch mehr Glow gibt, dann sieht das schon, glaube ich, ein bisschen zu viel aus. Also, ich würde mal sagen, das ist schon so langsam das Maximum an Glowness, Glowness. Ihr wisst Bescheid. So, Fixing Spray ist drauf. Ich fand es sehr angenehm. Ich mochte auch den Sprühkopf. Also, ganz normal, ähm, wie die ganz anderen Catrice Fixing Spray. Sehr, sehr angenehm. Ich finde, der hat, ähm, ein bisschen Feuchtigkeit gespendet und wirkt auch sehr frisch und auf der Haut. Und dann gibt es noch, das fand ich richtig cool. Und zwar von der Vintage Beach LE von Essence. Das Sea Salt Hair Mist. Und zwar kriegt ihr damit so einen Beach Waves Look hin. Aber, ähm, ich habe eher gedacht, man kriegt so einen Beach Look hin, als jetzt Beach Waves. Denn ihr müsst es ins feuchte Haar einmassieren, sozusagen. Und dann einfach so mit euren Fingern drumherum gehen und es so trocknen lassen. Und dann kriegt ihr Beach Waves anscheinend. Also, ich weiß nicht, ob die so ein bisschen mehr so glänzen, so ein bisschen so feucht aussehen. Oder ob der Halt einfach ein bisschen besser sein soll. Das müsste man austesten. Da ich gerade aber trockene Haare habe, funktioniert es nicht so gut. Genau, ich finde das Produkt eigentlich richtig spannend. Also, ähm, ich habe es auch einmal hier drauf gesprüht und es riecht sehr, sehr angenehm. Es riecht wirklich wie Sommer. Ähm, es riecht wie so Bräunungsöl. Und ja, ich weiß, wie Bräunungsöl riecht. Nicht, weil ich es benutze, sondern weil es meine Mama immer benutzt. Und, ähm, es riecht genau danach. Also, eine richtig coole Sommer-LE auf jeden Fall. Und das passt perfekt. Das hält auch zwölf Monate. Und, äh, das heißt, ihr könnt sie jetzt im Sommer benutzen und auch nächstes Jahr, Anfang Sommer. Ich weiß halt noch nicht, wie das halt ist, wenn man von Natur aus komplett glatte Haare hat, wie ich jetzt. Ähm, ich denke, wenn man so leichte Wellenlocken schon von Natur aus hat, dann, glaube ich, performt es ein bisschen besser als jetzt bei so krass glatten Haaren. Aber ich kann gerne noch mal ein Sommer-Video drehen und das mit euch zusammen benutzen, ne? So, wir werden einmal mit dem Video durch. Ich fand beide L.A.s richtig cool. Ähm, einige Produkte würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil sie einfach nicht zu meiner Hautfarbe passen. Aber ich fand, alle Produkte haben sehr gut funktioniert. Ähm, Tipp hier nur bei den Lidschatten noch. Einfach erst die Augen schminken und dann eure Base. Würde ich auch meine eigene Ratschläge hören, dann hätten wir den Salat nicht hier unten. Aber so ist es nun mal. Ja, also ich fand die Palette richtig, richtig cool. Ich fand auch, ehrlich gesagt, finde ich das auch richtig cool. Nur es, ich kann es halt nicht so gut benutzen. Aber die Idee, beziehungsweise wenn ihr dunkler seid als ich, was nicht wirklich schwer ist, ähm, dann könnt ihr das auch benutzen. Finde ich auch mega cool. Ich finde, das ist auch einer der Highlights so ein bisschen. Ähm, die Palette fand ich cool. Ähm, der Highlight hat jetzt auch nicht so gut für mich funktioniert. Also den werde ich nicht weiterhin benutzen. Ähm, fand ich cool. Weil es aber nichts krass Besonderes ist. Das finde ich mega die Idee. Das muss ich noch austesten. Fand ich auch cool. Ist halt nichts Neues so von Essence und Catrice. Finde ich aber richtig nice. Und, ähm, fand ich auch ganz cool. So als Pflege, wenn man kein Nagelöl hat oder so zum Beispiel, kann man das, denke ich, auch ganz gut benutzen. Oder auch wenn man so leichte Narben hat oder so, denke ich, kann man dieses Öl auch gut benutzen. Falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr mich gerne noch abonnieren und auf Instagram vorbeischauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten bedanke ich mich, dass du heute mit am Start warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Kakao. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, meine Lippen zu machen. Egal. Ciao Kakao.